Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren K-Pop Unboxing. Ja, und auch wieder ein Comeback, auch das ich mich sehr gefreut habe, weil das letzte auch schon viel zu lange her ist. Ein neues Mini-Album von Teentop, for show heißt es. Und ja, Teentop sind jetzt zwar nur noch zu viert, wie man sehen kann, kleinem Moment. Entschuldigung, ich musste einfach mal niesen. So, hier hinten ist die Tracklist drauf. Vorwärts Cover und dann wollen wir mal reinschauen. Ich muss sagen, auch wenn das letzte Comeback schon eine ganze Weile her ist, ich habe mir das Gefühl, so richtig viel verändert haben sie sich nicht. Ah, da ist schon die Fotokarte von Neil. Oh, und Sticker gibt es auch noch. Und, Sekunde, das sieht ja aus nach einem kleinen Mini-Poster. schon genau so. Ja, wir sehen uns wirklich. noch kleine messages von den männern und hier hinten natürlich ganz wichtig noch die cd hier selber zusammen packen und da haben wir es klar ich hätte mir auch gewünscht dass das album vielleicht ein kleines bisschen umfangreicher wäre von der songanzahl aber wie dem auch sei es ist auf jeden fall schön dass sie überhaupt endlich wieder ein comeback haben und ich hoffe dass wir auf das nächste dann nicht ewigkeiten wieder warten müssen das wäre sehr sehr schön ok meine lieben ja kurz und knapp das war das unboxing teen tops neues mini album for show ich hoffe dass es euch gefallen hat und ja vielen lieben dank fürs zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten video bis dahin meine lieben macht's gut bis dann home im nächsten Video bis dann im nächsten Video bis dann im nächsten Video bis dann